Genau, dann kommen wir zum Abschluss der zweiten Runde und der Fragestunde insgesamt noch einmal zu Herrn Dr. Schulte-Wissermann, der jetzt die Aschenbach-Freikugel nutzen kann und nochmal fragen darf. Bitteschön. Es geht jetzt um die Beschlussfassung im Stadtrat zur Planung, Finanzierung und zum Bau eines möglichen Affenhauses und Zoo. Und zwar hat der Dresdner Stadtrat am 26.11. letzten Jahres beschlossen, dass der Oberbürgermeister dem Stadtrat bis zum 28.02., also bis vor einigen Tagen, eine Vorlage zur Planung, Bau und Finanzierung des Neubaus eines Orang-Utan-Hauses zur Beschlussfassung vorzulegen habe. Der Februar ist vorbei, aber in der Zeitung kann man lesen, dass der Zoodirektor Karl-Heinz Uquina gesagt hat, dass er 12 Millionen Kredit aufnehmen will und dass natürlich darüber es eine Vorlage geben werde. Er aber zuversichtlich sei im Juli zu Beginn mit dem Bau und dass er bereits am 30. Oktober Bauantrag für das Affenhaus gestellt hat. So, jetzt meine drei Fragen. Ich stelle sie auch wieder am Blog. Vielleicht habe ich noch eine Nachfrage, aber ich hoffe nicht. Erste Frage. Wie ist der Bearbeitungsstand der Stadtratsvorlage zum Neubau des Affenhauses? Wann wird die Vorlage die Gremien erreichen? Wann ist mit einer Beschlussbehandlung im Stadtrat zu rechnen? Nummer zwei. Welche Beratungsfolge ist vorgesehen? Insbesondere wird auch der Stadtbezirksbeirat Altstadt in die Beratungen eingebunden? Und drittens wird die Stadtratsvorlage neben der reinen Finanzierung auch die Bauplanungen und die Betriebsplanungen, also wie lange ist auf, wie viel Platz haben die Affen, wie groß sind die Gehege, werden sie in Gruppen gehalten, einzeln gibt es Zucht und so weiter, wird auch das in der Vorlage behandelt werden. Vielen Dank, Herr Dr. Schulte-Wissermann für die tierisch interessante Frage. Und auch wenn ich gerne als Aufsichtsratsvorsitzender des Zoos einiges spontan beantworten würde, hat natürlich die Zuständigkeit hier den Vorrang und als Chef der Beteiligungsverwaltung wird der Kollege Dr. Lahmes hier antworten. Bitteschön. Ja, lieber Kollege Dr. Schulte-Wissermann, was für eine schöne Frage zum Abschluss der Fragerunde. Ich halte mal gerade hier was in die Kamera. Das ist die Vorlage, von der ich jetzt gleich rede. Die ist zurzeit in der internen Beratung im Geschäftsgang der Stadtverwaltung und glücklicherweise auch in diesen Zeiten gibt es noch Vorlagen, für die man sich Zeit und Gründlichkeit nehmen kann. Und wir wollen das am 29. März im Ältestenrat präsentieren und sehen dann eine Stadtratsbeschlussfassung am 12. Mai 2021 vor. In der Beratungsfolge haben wir den Stadtbezirksbeirat Altstadt derzeit nicht vorgesehen. Das kann natürlich der Oberbürgermeister auch in Abstimmung mit dem Ältestenrat auch noch anders entscheiden. Das hat aber den Grund auch in der Formulierung und in der Beantwortung der dritten Frage, nämlich dem Inhalt der Vorlage. Sie konzentriert sich auf die durchaus ja nicht so ganz einfache Finanzierung der Investition. Das ist ja insbesondere eine Kreditaufnahme des Zoos unter anderem, die dann durch eine städtische Bürgschaft gesichert werden muss, die wiederum der Genehmigung der Landesdirektion bedarf. Und aufgrund der schon vorliegenden Planung und des Planungsgeschehens haben wir hier keine weiteren Ausführungen zur Planung und zum späteren Betrieb in der Vorlage drin. Es ist ja auch so, dass es nicht der Entscheidung des Stadtrates obliegt, inwieweit hier bestimmte Parameter der Haltung oder auch bauliche Parameter umgesetzt werden. Das ist ja grundsätzlich in der Aufgabe der Geschäftsführung und der Stadtrat hat das auch nicht an sich gezogen, denke ich aus wohlerwogenen Gründen. Gleichwohl ist ja durch die Aufsichtsgremien den engen Kontakt, die Begleitung des Prozesses auch auf jeden Fall gewährleistet und durch ihr Frage- und Auskunftsrecht. Ich habe ja durchaus registriert und jetzt auch zur Beantwortung gehabt, dass Sie da sehr detailliert und interessiert gefragt haben. Vielen Dank für die zoologische Fortbildung, die Sie mir damit gewährt haben, weil ich jetzt sehr, sehr viel über Affen und Affenhaltung gelernt habe durch das durcharbeitende Antwort. Aber wie gesagt, die Vorlage konzentriert sich auf die Finanzierung des Vorhabens, deswegen derzeit keine Befassung des Stadtbezirksbeirates Altstadt vorgesehen. Denn gleichwohl haben wir auch verwaltungsintern nicht vergessen, dass der Stadtbezirksbeirat Altstadt ja durch eigene Finanz- und Verfügungsmittel ja auch zur Finanzierung der Planungen beigetragen hat. Ja, dann anstatt einer Nachfrage, aber Sie können auch auf meinen Kommentar antworten, wir sind ja jetzt am Ende der Runde, gestatten Sie mir zu sagen, dass bisher noch niemand in Dresden irgendein Detail über das neue Affenhaus weiß. Es gab eine Info, ein Infoheftchen an den Stadtbezirksbeirat, das ist aber mit vertraulich kennzeichnet. Und wenn der Stadtrat etwas bestellen soll, also etwas bezahlen oder eine Bürgschaft machen soll, dann muss man auch wissen, was es dann am Ende wird. Und von daher, ich würde Sie einfach eindringlich bitten, mit dafür einzutreten, dass es im Stadtbezirksbeirat behandelt wird, weil dies schlechterdings der einzige Ort ist, wo eine Öffentlichkeit nah an die Entscheidungsprozesse herankommt. Und wenn das alles fluffig geht, dann ist ja alles fluffig. Das ist eine intensive Bitte an einen meiner Lieblingsbürgermeister. Ich kann da sowieso nichts machen, aber ja. Ja, das gibt mir Gelegenheit, vielleicht eine Antwort dann auch mal deutlich zu machen. In der Vorlage selbst ist auch eine Anlage vorgesehen, die einen Einblick in die Planung durchaus ermöglicht, wo man sich eine sehr gute Vorstellung machen kann von dem, was dort gebaut werden soll. Aber Sie haben den Gang der Planung selbst auch beschrieben. Da ist schon relativ viel fertiggestellt und der Weg ist vorgezeichnet. Also Entscheidungsmöglichkeiten bestehen da im politischen Bereich nicht mehr, sondern es geht um die grundsätzliche Entscheidung. Aber die Vorlage ist informativ und die Anregung nehme ich gerne mit. Insbesondere, wenn wir keine Verzögerungen haben, muss man über diesen Punkt ernsthaft nachdenken. Aber am Ende ist es eine Entscheidung des Oberbürgermeisters.